Hallo und herzlich Willkommen auf YouTube. Schön, dass ihr dabei seid, hier auf Münsterland TV in King of Retail. Ja, wir nehmen auf Twitch auf, wenn ihr Lust habt. Seid mal Donnerstag zwischen 18 und ca. 20 Uhr dabei. Ja, guck mal, passt sogar fast. Da nehmen wir das auf und ihr könnt auch bei den Umfragen mitmachen, wenn es funktioniert. Wir hatten es ja schon mal in Aufnahmesession, wo es nicht ging, aber bis jetzt. Von 3 ging es zwar mal gut, also gute Quote, würde ich sagen. Es war gestern sehr actionreich. Wir haben Verkauf 11.000, Inventar waren ein paar Regale, haben wir gekauft. Stimmt, das haben wir auch noch investiert, aber dafür haben wir halt an den Sachen nichts benötigt. Wir gehen mal auf MINT. Dürfte nicht so viel sein. Ja, sind 52 Artikel. 6.400. Das bieten wir hinzu, einfach damit wir unser Standardsortiment auch weiterhin haben werden. Sehen wir einfach mal. Ich habe mir einige Artikel wieder schickt bekommen auf dem Outlet Store. Oh, hier. Was muss kommen wohl morgen? Äh, was wird. Baden ist voll, das ist gut. Oh, aber Gene fühlt sich krank, ist nicht gut. Twitcher fühlt sich krank, ist nicht gut. Also kein Verkaufspersonal zu haben. Twitcher, ich kündige. Du hast doch gestern neuen Preis Geld, du hast ja neues Geld bekommen. Und heute kündigt, ne? War wahrscheinlich zu viel Geld. Der kam damit nicht klar. Also die Bank hat immer angerufen, weil er möchte mal vorbeikommen. Firestone gestern. Frage, aber die brauchen wir nicht nochmal, ne? Wir haben ja die Artikel, wir müssen jetzt erstmal die anderen Artikel verkaufen. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden. Gene ist Verkäufer, Twitcher ist weg. Das heißt wir brauchen noch jemanden. Ich hoffe, dass Minimi jetzt wieder Zeit hat. Der sieht nicht so aus. Ähm. Oh, jetzt. Haben wir Verkäufer? Haben wir Verkäufer? Nein. Aber Computerartikel und Buchhalter. Ja. Ja, ist hoch. Erst nochmal, was die anderen haben. Wir lassen ihn mal auf dem Tisch liegen. Und was können wir ja noch nehmen. Zwölf. Dario. Damit zwölf aus hier. Damit kann er leben. Okay, dann nehmen wir Dario, ne? Wer bräuchte denn noch einen? Haben wir dann drei Verkäufer? Das ist ja schon mal knapp. Dann können wir auch einen nehmen zum Laden. Auffüllen und so. Niedrig. Dann habe ich noch. Also alles niedrig. Okay. Also entscheiden wir nicht, dass die Sterne entscheiden. Aber die lernen darf vielleicht. Niedrig. Niedrig. Und er dann. Äh. Verwerfen. Tut mir leid. Jetzt machen wir es anders. Wasser. Dann machen wir nämlich drei. Wenn. Wieder da ist. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn ich gleich durchgezogen. Jetzt sind wir ja fast durch. Das sind nur Freitag und Samstag. So. Boah. Bei der Kasse. Arbeitsbedingten. Arbeitsbedingten. Jetzt haben wir die Einder. Zack. Nun. Beweilchen. Arbeit. Mhaha. Da war ich. Das ist ja schon. Ein kurzer Bedeutung. Pause. Rück. Es macht schon Sinn, dass wir die Leistung dabei. Vielleicht können wir sogar eine früher kommen lassen. Herr, ich weiß. Ich weiß. Wohl. Ich weiß. Wohl. 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 Ja, das kann ich immer noch dann zuweißen. Die soll dann um 10. Ähm, ich mach... Wunderschön. Gute Besserung. Machen wir heute den Tag frei. Guck mal. Da hab ich noch gut Geld. Mal eine Anzeige schalten. Noch ein paar, aber... Du, 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 du. Jetzt kurz was. Jetzt bei der sechsten. Nächster Tag beginnt. Umladen. Umladen. 5000 schon. So, bald können wir beginnen mit unserem eigenen Konzern, Lebensmittel-Imperium. Oh, da ist es mal so früh. Er hat gelernt, er ist schnell. So, Aline, hier sagen wir direkt mal Arbeitsbereich zuweisen, ne, Aufgabe zuweisen und die soll direkt auffüllen. Jetzt packen wir aus und die füllt auf. Ich muss das auffüllen, du sollst dich hier auspacken. Ja, G is time. Das ist die Leid. so gut, ne? Alles aufgefüllt, sehr schön. Hey! Danke. Entschuldigung. Wir machen können ist halt hier, was soll der einkauf hierbei, zack. Hey, kannst du mir helfen? Wichtig ist erstmal, dass wir hier was verkauft bekommen, dass wir bei den Blutheiten kommen. Daher können wir nochmal hier einen Bericht schreiben. Hier sind jetzt zwei gleich. Ja, geplant ist, zumindest hatten wir es bis jetzt so angesprochen, dass wir auf Lebensmittel gehen. Aber noch bin ich da offen, also wir sind da noch in der Erfindungsphase. Rettungsdienst, einen schönen guten Tag. Sehr cooles Profilbild. Also Lebensmittel war zumindest bis jetzt so der Wunsch. Und da hatte ich ja auch schon mal eine Staffel mit Lebensmitteln und macht auch Spaß, weil es halt weniger beratungsintensiv ist, aber halt schöne große Laden. Bin auch gespannt, was ich da Neues getan habe mit der V1. Fakt ist hier mit. Wenn ich mich mal wieder auflieg, bin da nicht. Für mich. Ich habe keine Zeit. Also hier ist das Moment. Hey, hast du Paint. Hey, hättest du Kontakt? Have du ein Moment. Das Moment. Hey. Have du einen Moment. Thank you. Zwei Verkäufer war schon gut. 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 Danke. 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 Oh, die Zuschauer sind sich mal uneinig und in nächster Entscheidung, wenn es nicht gerade eine neue ist. Wird dazu beitragen, welches ist. Oh, ist vorbei. Und wer ist es? Mal gucken. Die 1, die Lotterie. Ein bisschen Hilfe. Bild. Okay. Da haben wir hier so die Soul-Kicker. Das sind Standards. Da müssen wir mal gucken, was er auch auffüllt. Wir sollten einfach wissen, was es ist. Wir haben gewonnen. 14.000. Sehr schön. Vielen Dank. Leider ist das Geld nicht in den Konzernen. Bitteschön. Aber gewonnen ist gewonnen. Richtig. Aber wir könnten hier nochmal alles unter Wert verkaufen. Hauptsache die Artikel sind weg. Aber das ist leider gegen meine kaufmännische Ehre. Aber wir können ja trotzdem nochmal gut das Waren Sortiment aufbessern. Nachdem, was am meisten verkauft wurde. Aber jetzt, wenn das hier welche sind, die wir halt kostenlos bekommen haben, können wir erst ja dann... Hey, a little help. Sortiment. Spare 2 Sekunden. Thanks. Da sind zwei Verkäufe auch noch zu wenig. Thank you. Technik ist halt beratungsintensiv. Also dann bei Lebensmitteln halt an Kassen brauchst dann, ne? Hey, have a minute. Wir brauchen halt zwölf Stück vor dem Platz. Hey, hi. Spare 2 Sekunden. Hey, got a second. Weil es ja noch nicht so spät. Immer beraten neben uns. Hey, got a second. I think one last will ich auch mal wieder haben. Thank you. Ich muss ja. Ich glaube, ich komme noch. Hey, got a little help. Hey, can you help me? Thank you. Hey, can you help me? Hey, got a second. Hey. Hey. Thanks. Detoker und Tastatur wollen sie klauen. Hey, a little help. Hütter? Immer den hier vorne, der geht nicht weg. Berühmtheit? Ein Laptop. Ein Skandal. Und dann wieder ins Lager. Das heißt, muss ich hier wieder einsuchen. Oh, das ist natürlich einer von denen hier. Excuse me. Hey, a little help. 31 Kilo. Hey, can you help me? Hey, a little help. Hey, can you help me? Einfach mindestens eine Menge bestellen und dann am nächsten Tag derzeit lokal bekannt. Das heißt, kann noch zwei Käufer. Spare zwei Sekunden. Ich mach nochmal eben Bericht fertig für morgen. Oder generell. Oh, ja. Guten Tag. Excuse me. So, und jetzt hier. Oh. Thank you. Hey, can you help me? Hey, have a minute. Hey, a little help. Thanks. Hey, can you help me? Okay. Okay. Hey, hey, got a second. Oh. Ich verstehe wieder. Sieht gut verkauft aus, ne? Hey. Oh. Indies. Kann man nicht wirklich. Mäuse dürften wir noch haben. Boah. Hatten wir sogar heute noch schaffen können, irgendwie, ne? In der Ticke. Mäuse runtersetzen oder so. Hätten wir uns vielleicht geschafft. Noch mal 10% gegeben auf Mäuse. Dafür spielen wir morgen keinen ganzen Tag. Von daher würde ich sagen, wir schieben das. Oh, wey. Wir sind schon bald. 21 Minuten. Das Feierabend. Da haben wir noch. Und in der Zeit verabschiede ich mich schon mal von YouTube. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Die Diebe verstecken. Die waren immer. Man sieht nichts. Das stimmt. Ja, ich denke, man hat am Anfang mal gesehen, wie die sich umgeschaut haben bei den Dieben. Aber mittlerweile erkennt man es nur noch über diese Detektoren, ne? Von daher. Bis dahin, YouTube.